Und Sascha dann so zu mir, also ich finde schon, dass du intelligenter bist als Emma aus der Para. Verstehen Sie? Er findet, dass ich intelligenter bin als Emma aus der Para. Emma aus der Para? Ja! Emma ist das Klassenmeerschweinchen. Ich weiß. Er will mit mir ZSM sein. Es ist love. Real love. Gut, ja. Ansonsten hoffe ich, dass du die Winterferien gut überstanden hast. Ja klar! Hat mir über den Winter eine zweite Schneeschaufel besorgt. Ich paarschippe jetzt. Sandra, ich würde dann jetzt gerne mit dem Unterricht beginnen. Ja, ja, ist ja gut, ey. Muss ja nicht gleich rumheulen. Tut mir leid, aber die Pflicht ruft, wie man sagt. Danke, ich rufe zurück. Gut. Dann, wie angekündigt, gibt es heute den Mathe-Test. Ich möchte das... I'm scared, man! Wieso bist du so überrascht? Ich habe das gestern dreimal gesagt. Also, das ist so mit Mathe. Ich, also ich, ich, ähm, äh... Mein Handy klingelt. Mein Papa. Papa, was ist los? Mein Hund ist vom Auto überfahren worden? Wirklich? Oh nein, das ist ja wirklich ärgerlich. Okay, ich, ja, ich komme sofort nach Hause. Tschüss. Tut mir leid, mein Hund ist vom Auto überfahren worden. Ich kann nicht. Ich muss, also... Schicksal, Schicksal. Gestern hat sich mein Hamster auf eine Gasflasche gesetzt und ist geplatzt und jetzt so warm. Sandra, du nimmst deinen Hund doch immer mit in die Schule. Er liegt da vorne. Er lebt, Gott sei Dank. Sandra, ich kenne deine Maschen in- und auswendig. Du kommst heute nicht um den Test herum und spuck bitte wieder das Brot aus. Ich kenne doch den Trick, von wegen ich ersticke. Das sind alle Aufgaben, die wir in den letzten Wochen gemacht haben. Du brauchst nur einen Stift. Ich sage dir dann Bescheid, wie viel Zeit du noch hast und auf mein Signal kannst du dann anfangen. Ähm, Herr Kotbeutel? Ja. Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Von Mike Singer. Krieg ich nicht. Gut. Stift hast du, wunderbar. Dann darfst du den Zettel umdrehen und zwar genau jetzt. Viel Glück. Okay. Hey, Lehrer. Es gibt keine Fragen. Der Zettel ist leer. Sandra, ist nicht dein Ernst. Sandra, so den Zettel umdrehen. Oh. War nur ein Scherz. Hm. Okay, dann wollen wir mal. Also, Name Sandra. Nee, mal da. Sandra-licious. Klingt effektiv. Gib mir Punkte. Klasse. Ja, superklasse natürlich. Also. Ähm, Herr Lehrer? Ja? Können Sie die Musik mal ausmachen? Natürlich, natürlich. Textaufgabe. Also. Ein Bauer hat drei Hühner. Jedes Hund legt pro Tag ein Ei. Zwölf Freunde wollen vorbeikommen. Frage. Wie werden alle satt? Logisch. Rechnung. Ei plus Huhn gleich Hunger. Antwort. Wie werden alle satt? Äh. Hühner schlachten. So. Wie spät ist es? Oh, kack, die Uhr lesen. Ähm, äh. Äh, Entschuldigung. Wie spät ist das? Ähm, es ist genau zwölf. Du hast also noch genug Zeit. Danke. Trottel. Zwölf. Ein Idiot, ey. Benenne die Figuren. Äh, ja, keine Ahnung. Klaus, äh, das ist Peter und das ist, äh, Manu. Jonas hat 36 Schokoriegel. Er ist 30 davon. Was hat er jetzt? Ja logisch, er hat Diabetes. Läuft doch. Ein 90 Grad Winkel ist ein, äh, Winkel mit Fieber. Wie viele Meter hat ein Kilometer? Drei Grad Silvius. Wie viel sind drei Prozent von 100? Wenig. Fertig. Wirklich? Schon fertig. Ja, aber eine Sache will ich noch sagen. Und was? Mathe ist ein Arsch für mich. Sandra, halt die Fresse. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier ist das letzte Sandra-Video. Schaut euch das gerne auch nochmal an. Wenn ihr vielleicht Freunde habt, die Sandra noch nicht kennt, dann zeigt denen doch mal Sandra. Dann könnt ihr mal sehen, wie gestört ihr dann seid. Einen schönen Tag euch. Alles Gute, bis dann. Tschüss.